Jaja, glaubt man nicht. Für die Deutschen! Der hat mich gestreddert. Aua, der hat dich gerade angewollt. Aua! Nein! Ich bin stolz auf dich. Ah, so einer ist er also. Jetzt zeig mal deinen komischen Money-Clitch. Wenn du jetzt noch einmal machst, geh zu meiner Mutter, dann mach die Bum-Bum-Bab-Bab-Ching-Mitching mit dir. Okay. Ich halte dir Gegner aus, Digga. Hä, hier ist ein Gangangriff? Ja. Ich weiß. Hä? Wie random, Digga. I know. I don't know. Einfach das Bond. Ich hol dich ja ab, komm. Steck auf. Was? Wir wollen dich holen, wir hatten auch so alle. Oh, das ist der falsche. Ja, sorry, Digga. Sorry, sorry. Aua, Julian. Ich bin schon wieder die Klipperunner geklatscht. Ich auch vorhin. Ich auch. Ey, Jungs, darf ich euch mal was zeigen? Guck mal zu mir. Ja. Dein großer Spanz, oder was? Ich konnte nicht rum, 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 rum. Ich glaube, der Typ stürzt gerade ab. Oh. Ich war nicht hoch genug. Ich hab nur gesagt, der Typ stürzt gerade ab. Nein, warte, warte, warte. Oh, hat der Typ jetzt einen Panzer? Alles gut. Julia! Hä? Warte! Im Level 26er mit nem Kanjali. Ah ne, ist kein Level 26er. Sorry. Hab früher auch schon mal einen Glitz gemacht. Wie viel Geld hast du noch? 20 Millionen. Wie viel? 20. Okay, das ist gar nix, Digga. Warte, ich kürze jetzt den Lohn. Julian, erfüllt euch, wir gestorben sind. Ich kürze jetzt den Lohn. Was kann ich dafür, wenn der uns abschießt? Das ist eigentlich so blöd. Das ist eigentlich so doof, gell? Ja, hier herrscht der dritte Weltkrieg. Ich sag's euch. Julian! Julian, das geht! Julian, wollen wir ne Limousine mit ein paar Pengpengeschützen obendrauf? Warum? Ey, die haben wir nicht gesehen. Das kann's doch eigentlich nicht. Das ist natürlich schon wieder abgestürzt. Was heißt jetzt schon wieder? Das heißt jetzt schon wieder, Dengue? Angriff bestanden, jawoll! Kills 1! Jawoll! Kills 1! Kills 1! Kills 1! Kills 1! Kills 1! Ich hab's geschafft! Ja! Oh nein! Aaaaaaah! Aaaaaah! Aaaaah! Aaaaaah! Ich nix passiert bilf! Ich bin nicht mal wieder von der Klippe gefallen. Aaaaah! Hilfe! Im Panzer hängt im Zaun fest! Aaaaah! Hilfe! 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 Hilfem, Manzer hängt fest! Hilfe! 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 ja ich böse tötet ihn erlass mal drei gegen einmachen leute die leute ich nur meine vorbereitungsmission machen aufgaben julian machen wir schnell die vorbereitungsmission die letzten zu meinem u-boot stärker in das ist mein boot schnitt geklaut alles gut ich mein boot hast du sterne gab es ja das war ja das war granatwerfer ich will doch keine expo muni oder so hey mein gehalt singt wegen dir ich habe damit nichts zu tun das ist ja das lustige daran dein gehalt singt und ich habe spaß ich kann einen solchen mann rum holen wir müssen zu meinem u-boot julian sagt wenn du ein boot oder ein gefährt hast ich habe ein boot gut dann fahr mit einem boot zu dem u-boot sie ist das u-boot dahinter das blinkende willst du aussteigen oder ja 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 fahr schon mal mit so ein zweisitzer ich fahr schon mal wenn du willst ich fahr auch alles gut ich komm mit ich fahr schon mal vor nein nicht noch was was das ist einsatz oder was ne ich habe es gesehen nachdem drei schützen die du verkackt hast oder so hier waren zwei schüsse die ich habe ganz hoch ey doch da musst du hochklettern sag mal der musste die zwei hängen warum warum ist dann scheiße äh diese komische was warum ist dann brot auf dem motorrad und warum brennt das dass und hier passiert würde sachen hilfe ich habe wir haben vorbeiratung zu sagen graben und grill nach dem 1 0 CO oder Motorrad du darfst nicht in einem Dino mal weiter äh Motorrad Club wer ist es klar von mir kommt alle rein ihr kommt eine ganz glücke ich fick nicht nicht nur recht wirklich ne gott geht er nicht auf die halle mixi was geht was geht wir müssen jetzt zum unterschnupp ab zum unterschnupp plasmarschreider will jemand mitfahren nein okay hier nur ich bin hier vor dir ganz vorne ganz vorne da wo du rausgekommen bist Julian Hallo 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 Eikon, lass mal kurz mal kurz auf, damit wir so ein bisschen schneller gehen einmal bitte hier Ticket Ach Julian, hier sind wir, Hallo 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 Doch nicht, alles gut Egal Oh, Maxi ist tot Nein Wir haben Maxi verloren Maxi, lass doch nicht so den Kopf hängen Oh, Maxi ist weg Maxi ist traurig, er hat den Kopf hängen gelassen Schohlen gerade eine Autosekunde Könnt ihr bremsen? Ups Julian, wir haben jemanden angefahren Ausgelegen, doch alles gut Komm, wir gehen jetzt auf Opa Wir gehen jetzt auf Reise, komm Wenn wir nicht erschossen werden, dann so ein Arschloch Ich hab das Ich hab das offiziell Zombiel Ja, fack das nicht ab Halt dich Steigt, Leute Steigt mir das offiziell Zombiel 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 Ich hab die Leute Zombie-Outfit Cool Ich bin so stolz auf dich, dass du auch Zombie-Fan bist Ich bin so stolz Für einen Baukurs Julien Julien Hallo, bist du? Ach ja, von du bist du Dein Wir sind hier sicher Ach so So Julian Juhu ein Juhu, einmal der Markierung bitte folgen werden auch wenn er so wie wir machen und jetzt habe ich gerne guck mal ich kann mit fröhlich noch mal von der Rakete schon getroffen wurde ich fahr vor kurz von der Verfolgung der Typ schon wieder mit dem Helikopter nein Hilfe ich habe ich halte etwa gedrückt der wagen der panzer wagen kann du brauchst schnell wagen vielleicht schneller als ein panzer das gefühl besser gepanzert als scheiß panzer wenn der panzer voll aufwärts und das mit panzerung ist der panzer definitiv stärker er hat mir jetzt ein und wird so standard von Militärbasis aufpassen Hilfe nein ich bin okay er ist grad safe mit der Kuhle irgendwie hinter uns ich hab schon die Nackenhaare er hat verlassen endlich von wie waren wir eigentlich von welchem Freund von mir war er nicht von mir auch von mir auch nicht ich habe gemeldet die Geltung der die Geltung weil ich nicht weiter alles gut weil ich meine also und ich habe nun wollen ich habe jetzt nur wie ein Freund und heiligen es war ein heftiger Mann war auch so kräftiger Türkei er in der ja das war schon raus geflogen der ok ich wollte nicht aufsteigen und aber nur Partie ja doch in dem auch aber halt ich möchte es kurz wartet kurz draußen ich möchte nur ein Foto machen dann möchte ich mich zum nächsten lager raus da muss ich was einsammeln dann müssen zurück in meinen Kursack ja ich meine ich muss jetzt warum nicht gesagt nicht da denn nenne ich halt zweites Weltkrieg umboot ja besser besser für you ja ok hier legst du nicht Kader Messer cool das nehme ich mit ich bin wieder ich bin wieder ja ja ich bin wieder ich bin wieder ich bin wieder Die Tür ist ab. Steig ein. Mit offener Tür haben wir. Warum ist mein Kofferraum offen? Ich steig ins Auto und der Kofferraum ist offen. Ja. Nein, steig bei mir ein. Ich muss hier weg. Ich nenne es ebenso. Mir egal. Falsche Richtung. Geht auch nicht. Scheiß Navi GTA. Alles gut. Ich nenne die Abkürzung, Julian. Super Abkürzung. Hilfe, Hilfe. Mein Kofferraum. Ich habe einen Hex-Spoiler, in dem ich meinen Kofferraum offen habe. So, jetzt habe ich einen Hex-Spoiler. Julia, ey, Julian, wir müssen ihm noch die grüne Quietsche-Hente zeigen. Mit der schlechtesten Lenkung. Ach so. Ich habe mir gefühlt den größten Hex-Spoiler drauf, den es nur geht. Laterne. Ich will mal einander fahren. Ich will mal einander fahren. Ich will mal einander fahren. Du Monster, du Mörder. Chir. Ach. Ah. Ah. Ich habe mich auch hier holen. Ich gehe gerade Fahrerflaster auf Hylen und Sohtocczyk. Verpüß dich zu Auto. Ja, hier hat man. Schenk guten Tag. Allgemeine Verkehrskontrolle. Ich hätte gerne mal ihren Führerschein. Oh mein Gott, eine Bombe gehört. ja ich war ich vielleicht alles in ruhe wir sperren ihn ein wir sperren ihn ein julia ok one piece gleich ein 8 aua was ist da gerade explodiert julian wollen wir noch mal bunker fahren und snacks aufhören das wäre ganz gut glaube ich ich habe noch genügend ok aber fast dass das auto verleten gerade seit drei angeten getankt habe mich ehrlich respekt ehrenmann auto jung und seit wann können die mit schenken die 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 julian wird auch der achtelachter gleich achtelgleich erläutert hat mich nicht guck mal wahrscheinlich hier haben die tröne er schießt mit orbitalkanone torby wettig schon lange tot jungs er war auf bitte macht doch gar nix nein wie kommst du drauf er sei ein gewalt zu machen es ist keine private schutzung ich war nur allein in der öffentlichen abkürzung wollte na komm das ist jetzt möchte ich auch noch mit spielen können ne heftig das ist ein sehr guter backflip geschafft ich bin stolz auf dich ich weiß aua die macht einen bumm bumm warum machen die aua aber einfach ein gerammt eigentlich ja wollen wir vielleicht private sitzungen machen ja 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 schon helfe jula helfe was die ausfahrt verpasst recht recht abbiegen für falsche verkehrsrechte fliegt mit dem flugzeug da und hat sich aus unentdeckt das macht du mir oh er hat die ich habe vergessen wie er ist oh er ist weg er fliegt wieder hilfe was hat sich aber auch teleportiert alles gut ein guter fahrer wie kommen wir zum u-boot wenn er die raketen hat man am auf jetzt wirklich so warum findet man sich so witzig wenn man die ganze leute abfuckt mit raketen ich finde ich doch nicht lustig ich übefahre nur ein bisschen präzision mit dem wenn du auch anders wie lange als öffentlichen sitzungen wenn ich bei uns ein volkrad pension machen was ich gecheckt hat bist du jetzt gestorben hat weil du halt abgeknallt hast ja aber hier saß doch in dem auto drin oder nicht einfach hat ausgeschlagen wo wir das bootreiz reingehen müssen du wirst echt so das boot schieben nein 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 kommt hier vorne steht ugo äh ding digga digga komm 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 andere hobbys ist halt wirklich so so ein spiel sei nicht so sauer ja aber tropfen ich hab doch spaß wir wollen ja auch maxi 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 muss aufsteigen julian hat diese tasche ich muss aufsteigen nur er muss aufsteigen hey nichts gegen dich aber wir brauchen diese tasche geh schnell in mein u-boot sorry wenn wir das haben machen bedingt private lobby hast du abgeliefert ne ist vorne dran noch muss noch mal kurz aussteigen ich bin drin ne hab's ich hab's oder ich mal andere hobbys dank halt so jetzt muss ich gucken wie viele missionen wir haben ok julian wir müssen noch das annäherungsfahrzeug machen dann sind wir fertig dann können wir machen naja jungs ich höre jetzt auch ok ja 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 seine schlechte mutter ein aufgesprochen was hast du gerade gesagt ich muss habe ich auch was besprochen wenn man ein so ganz schön frech ich wollte ja aber es hat halt einfach ab ja aber man muss sich das untergehen oder dann als eine andere straße gelassen haben ja ok ich bin ja nicht auf untergegangen aber ich sag mir das einfach abfuckt macht er meine private sitzung ok ja macht das wenn er dann auch schon dann ist er hecke warum findet man sich so witzig jetzt will ich was daran so herr hat nicht mal endlich was kann er eigentlich nicht mal ein ich weiß komm 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 wie mich jetzt ist heftig ja bin ich wirklich aber von wem kommt der weil von mir kommt dann nicht ja von mir auch ich habe den nicht mal meiner vater steht mit diesem komischen freundeskopf wo man hätten kann also bei mir in der freundschaft ist so nicht keine ahnung wenn würde ich ihn dann kennen ich kann auch noch mal gucken ob ich ihn in der freundschaft habe aber ich kann jetzt schon garantiert dass ich ihn nicht habe ich habe ihn auch nicht ich habe ihn angenommen aber ich habe ihn davor auch nicht gekannt also wusste ich dass öffentliche sitzungen das öffentliche sitzungen irgendwie keine ahnung dass da fremde leute reinschauen können vor allem julian mittlerweile kannst du jetzt auch in meinem u-boot snacks auffüllen ah ok ja ich habe ich mir extra für 300.000 verkauft für dich leute ja schon traurig und einfach kleine kinder abfangen mussten öffentlichen lobby weil er hätte ja man sitzen gelassen haben schon traurig jetzt mal nicht böse gemeint aber schon traurig wenn seine eigenen eltern die nicht lieben weil er kinder abfuckt das ist ja schon traurig er hat mir er hat mir geschrieben wer besser xd ja wer besser mit dem aim dann riechen wir weiter es war ehrlich krass finden um kinder abzufucken geh die einfach nur spaß haben am game nicht nur kinder auch erwachsen ja soll ich zu dir fahren oder soll ich erst mal neu einladen glaube ich ja nein 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 alles gut ich mach kurz die aufrüstungsmission da alleine das dauert nicht lange das dauert nicht lange ich bin ja schon in deiner lobby drin ach so ja alles gut dann kannst du dir deinen seo einladen dann kannst du helfen ja das kann ich sofort machen weil ich bin gerade ins schnellreisemenü also es geht gerade nicht ach so mein gordo ich wollte irgendwas noch machen Julian so guck ja Julian ich kann dir jetzt schon sagen unter ne million gehen wir da nicht mehr raus also du verdienst mindestens ne million ich hab immer noch ne million vom letzten mal Julian mittlerweile hab ich das Gefühl ich bin dein business Julian muss gar nichts machen der steht einfach nur rum und verdient sein Geld ne genau so jetzt kann ich dich auch in mein in mein co club einladen aber warte Steffen muss ich zuerst aus meinem U-Boat geht das natürlich Julia wir haben wieder den Bug ich kann wieder nicht jemanden einstellen ist Maxi drin noch nicht ich bin geladen will schon also Alter Junge wenn man mit einem U-Boot fährt alter man sieht gar nichts wegen dem schnee man sieht rein gar nichts Junge ich werde hier fast blind so weiß ist das und auch ich habe meine sonnenbrille ich habe jetzt den leckraketenwerfer Leute Leute ich glaube der ist ein hacker der hat mich aber in seinem kontostand geschickt ne ja der hat 3,14 Milliarden ich weiß ja digger wahrscheinlich wahrscheinlich hat man so viel auch wenn auch wenn dann hat er entweder zu viel Geld in dieses Spiel reingesetzt wegen oder er ist einfach nur hobbylos und er hat mir geschrieben wer besser xd ich habe ihn geschrieben Sekunde Busladen immer die langen wahlzeiten war die technik ey du hättest du auf ganz ehrenlos schlagen erschreiben müsse ja hat deine mutter bei mir im bett auch gesagt hohohohohohoho ja das geht nur ganz easy melden ne das heißt mal gewonnen ganz ehrenlos mus sich er hat uns natürlich auf ganz ehrenlos sonsspruch zu drücken weil das ohne glade er hat hier gerade heute einige gruppe hergestellt ich hätte heute erst die gruppe herstellen ihn dazu sch freeze denn er geschrieben wer besser xdd habe verschieben eben besser konnte nicht mal auf dem ocean Boden mit ziel wird ihn treffen lach emoji schreibt kommen 1 gegen 1 dbd weil ich schreiben wo ich mit dbd ankommen weil du gta zu schlecht bist oder musst du wissen ich bin ich kann dbd mehr ich habe nur installiert warum nicht mehr sagen wollen geworden ich muss jetzt wieder den scheiß störwinder finden aber ich bin zu blöd warum ich ihn nicht finde tschüss tschüss junge 20 hp wissen du gerade im über von mehr da und versucht gerade die auszuhören hallo koch entschuldigung koch julian ich habe den koch gekillt mit einem messer das war notwehr kennst du das wort notwehr natürlich der gefühlt in deutschland ist notwehr so komisch guck mal du musst erst mal einen bestimmten grund haben dann muss er sagt muss dann auch wirklich noch den grund nennen warum du das angetan hast und als fessers bei benutzt hast und wenn das keinen dürftigen grund hat aber die ich trotzdem bedroht hat kriegst du trotzdem strafanzeige wegen körperverletzung also ist das eigentlich so dumm ich habe den störsender julian durch abholen kommen meine kursack das genau hier drüben ich habe sie genau neben meinem ubo neben dem ubo genau neben und dann geparkt alles gut komme ich hier hoch da ja ich mich hoch jeweils casino ok dann geben wir und er sagt wenn das auto gewonnen hast ich hab's gemacht kannst ja live angucken ich würde ich abjulieren ja ich jetzt gehe quasi leute ich habe leute ich halte mal mit der cooler auf der karte machen gerne okay er läuft aber wenn wir aber rumfliegen steigenden der coole ein weil da haben wir jetzt die mission starten finale starten und julian diesmal warte ich bis ein stichwort kommt dass ich den stunden starten kann hier kommt rein meine freunde so ist der anklüster und 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 auch fast autos immer so kommt hier rein ich bin nur alleine ich gehe davon noch mal flette mich ist erster ja bei mir wird es gerade heruntergejagen ich bin so stolz kannst starten ich habe schwere panzer gekauft ich hätte eh schon gestartet also warum ist man so hobby los wollen wir durch den wassertunnel ja ich habe gerade einmal gemacht wie ihr wollt tag und der nacht macht oder okay wie ihr will ich mache jetzt auch etwas mit ersten mal richtig ich ja ich habe alles ich habe alles ich habe alles ich habe alles so Julian du musst bereit machen und Julian auch dann können wir was wir bereit macht wollte ein bisschen mehr prozent oder passen nicht gönn julian 20 mir 10 nein alles gut brauche ich nicht nein 20 es geht nicht hat gesagt ich habe 18 ich habe 20,5 millionen ich brauche hast du per shark hat oder ich jetzt nicht so ein video erwähnt aber danke okay jetzt bei euch auch noch ja 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 leute halt rockstar zuschauer band mich eure aufregung der kayo perico heißt und das aber diesmal diesmal als special edition hochladen okay durch abwassertunnel ich mache dabei wie auch zum ersten mal einmal richtig einfach folgen einfach zu diesem punkt dahin dieser gäbe und dann wenn möglich nicht die bomben zu berühren die sind aber nur optional wollen wir aushäften ja wir schlagen uns ein bisschen gegenseitig er schlägt mir ins gesicht guck mal er schlägt wenn ins gesicht ich muss das machen ihr müsst kurz hier warten ihr könnt euch hier die ertrunkene frau im kofferraum angucken auch gut ich sehe gar nichts weil ihr überall seid ich sehe gar nichts weil ihr überall seid ich sehe gar nichts ich sehe eigentlich schon den unter wasser keine ahnung jungs also ich kann euch jetzt schon sagen sobald wir diese südlager und sowas also ausgeraubt haben gehen wir raus durch den haupteingang und gehen dann halt direkt links ins meer weil da kann man die liter herausforderung schaffen und dafür gibt es noch mal extra geld ja für geld machen wir alles ich komme ich bin schnell ich bin schnell gadegau fast abo fuck falscher weg eh wo ist wer dann ach so wir gehen jetzt hoch immer uns kurz warten bis der typ fertig gelabert hat so er lässt uns jetzt hoch ich bin ich nein das bin ich aber auch egal ich wette ich bin der erste der rauskommt ja also mir einfach folgen die leute ernsthaft machen jetzt kein kein sportender leute da habe ich schallschutz jahre ja ja wir haben alle so immer die schlüsselkarten einsammeln aber versuchen nicht gesehen zu werden hier rüber naja und kann es immer ausschalten ja tu mal kurz warten niklas ja ja bin da äh beeilt euch weil gleich kommt sie durch die wache kommt mal hier her kommt mal bitte hier und nicht in den sichtkegel ich bin auch hier hin bleib einfach hier bleib einfach hier bleib einfach hier dann lass mal kurz warten auf den kleinen buchsen auf keinen fall nicht hier geliebt auf keinen fall was ganze mit so am asch so jetzt können wir weiter komm Julian ich bin doch hier hinten schnell schnell ja achso ja lauf einfach ist mir egal wer lauft Achtung so passiert schon wieder Achtung ich hole mir ne keycard joink so ich will alle mitgriffen so ja egal dann scheißegal aber passt auf hier gibt es einen typen mit einem minigun ist nicht so schlimm nicht so schlimm aber ihr dürft sobald wir geld haben dürft ihr nicht getroffen werden weil sonst verliert nein nicht hacken nicht hacken nicht hacken lass mich das machen oh gedrückt halten um abzubrechen muss ich aufgehen ja hör auf ich mach das ich bin profi da drin wer wurde denn gesehen du Julian komm hoch egal komm einfach hoch komm einfach hoch ich mach kurz fingerabdruck dass wir kurz runter können 4 6 6 und hier ist ein gemälde 4 ja genau einfach immer die gemälde und geld mitnehmen wenn ihr was findet ja ich kann ja nichts mitnehmen ok ich nehme das geld hier drin aus dem ding raus ich nehme das geld hier raus Leute ich nehme das geld hier raus Leute so einen fingerabdruck nur noch dann sind wir fertig die wir sie kommen hoch Julian es machst du schon Die kommen nicht hoch oder? Langsam halt, die campen da bisschen. So, oh, links ist fertig, ist fertig, ist fertig. Warte, sofort. So, ist fertig, wir können rein. Okay, ich versuche mein Geld. Läuft bisher ganz gut. So, jetzt einfach die Kette nehmen. Jetzt die Kette nehmen, ich sicher hier. Julian, wir beide sichern hier und Maxi holt die Kette. Komm, Julian, wir machen in der Zeit hier das mit der Schlüsselkarte. Wir müssen gleichzeitig, schnell, 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 komm. 3, 2, 1. Haben wir's? Ja, wir haben's. Achso. Alles gut. Hol dir das Bargeld, ich hol hier das Gemälde. Leute, ich hab eine Kette. Hier ist ein Safe, den kann man nicht holen. So, ich hab ja meine Kette. Die kommen, gell? Ich komm wieder hoch. Ich komm wieder hoch. Nein, 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 nein. Wir sind immer noch hier unten, wir sind hier neben Lager. So, wir haben jetzt 1,1. So, wir haben jetzt noch die nördlichen, oder wollen wir jetzt schon abbrechen? Nee, nee. Oder wollen wir noch mehr Kohle? Dann lass hier hoch. Noch mehr. Ja, okay. Aber denkt dran, wenn wir getroffen werden, verlieren wir Geld. Der soll aber nicht neu starten, weil wir wurden schon gesehen von Julian. Du, Nick, das machen wir bitte nicht so schnell, ich kenne den Weg nicht. Aber auf gar keinen Fall zu dem Totenkopf-Typen hingehen. Der hat eine Minigun. Wollt ihr auf mich warten? Ich bin verschwört. Ich bin verschwört. Ich bin verschwört. Warte, ich schal auch kurz. Die chillen natürlich da alle am dritten Tor. Ich kümmere mich um die hier neben. Zack, zack. Ist aber nicht gar nicht so schlimm, ob wir gesehen werden oder nicht. Wir gehen jetzt hier drüben ins nächste Lager. Wo? Oh, boah, wir haben nie verloren. Wo seid ihr denn? Komm schnell, komm schnell, komm schnell, schnell. Inter, geh damit. Ich auch? Ja, 3, 2, 1. Ich? Ich werde eingeschossen. Ja, töte die, töte die. Du kannst gleich sofort ins Lager. Komm, direkt rein. Jetzt. Ich sammle hier das Gold an. Dann. Falsche Tür. Aua, 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 komm rein, komm rein. Oh mein Gott, Leute. Ich will ausgeschlossen. Ich will einfach ausgeschlossen. Ich will einfach ausgeschlossen. Mega fact dieses Game doch. Ey Leute, ich wäre reingegangen. Irgendwie raus auf einmal wurde wieder ausgeschlossen. Ah, scheiße. Das Neustart, Leute. Das bringt nichts. Neustart, Neustart. Ich töte mich für euch. Okay, Julian, wir hauen direkt ab. Ab zum Tor. Nein, Neustart. Nein, 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 nein. Ab zum Tor. Doch. Ja, scheiß drauf. Wir haben jetzt eine Million. Komm, Julian. Seid ihr tot? Du bist schon tot? Ja, ja. Achso. Den Neustart. Nein, scheiß drauf. Ich krieg trotzdem über 300.000. Willst du Geld haben oder nicht? Ich krieg Geld. Wir haben 1,3, Digga. Wir haben 1,3. Ich krieg irgendwas um die 1,1 oder so. Wir konnten ja was für Krebs auch mehr bekommen. Wir konnten doch nicht so schlimm. Mehr bekommen. Ja, nicht so schlimm. Ja, nicht so schlimm. Mann, wo ist euer Geld? Ach, juckt mich eigentlich nicht. Lass doch einfach töten, Mann, doch nicht los. Ich bin jetzt noch ein Heddy. Ich bin jetzt noch ein Heddy. Ich bin jetzt noch ein Heddy. Lass dich doch bitte kurz sterben, mal. Das hat viel einfacher sein. Nein, scheiß drauf. Ist doch ok, so. Digga, 1, 2, Digga. Weißt du, wie viel es ist? Ist gar nicht so viel. Ja, ist halt gar nicht so viel, aber ist trotzdem... Geld. Geld ist Geld. Egal, wie viel man hat. Hauptsache, mal Geld. Doch, wenn du es willst. wo schulst du eigentlich gerade hin wenn man hier einfach gerade ausschulden dann ist das auch zu ende ist gut ich kenne mich aus jaja man muss nicht zum haupt ziel als mann alles gut ich kenne mich aus julian ist nicht meine erste kayo ja ich habe eine kollege auf weg verloren aber ich glaube das ist nicht ja ich hab wieder ich hab latin mögliche beute und jetzt laufen wir morgen ist das abend ich will saufen der fluss muss laufen der arm muss laufen ich bin der einzigste mit der winterjacke mit der pinken ich sehe ich sehe es noch gar nicht auf meinem bild ist da jesus drauf ich bin ja auch ich glaube ich habe einen schlager im fall ich habe komplett weißen bildschirm da sind wir ich glaube die haben einen schlaganfall Hilfe ich glaube meine kollegen haben einen schlaganfall was wollen wir jetzt machen noch mal warten bis sie das geld kriegt so nochmal kayo nochmal kayo ja dann müssen wir wieder vorbereiten ähm ihr seid aus meiner lobby echt jetzt ja warum verlasst ich da immer bin ich so böse zu euch julia das ist mein name weißt du es braucht zwei menschen um unsere türkis in ballen zu bringen zu spielen ne heute nicht vielleicht morgen du kleine papri sonne auf koks gut das war's den part ich hoffe er hat euch gefallen auch wenn ich ein bisschen verkackt habe tschüssi koski obwohl ich ein bisschen verkackt habe das war's den